Hans-Bürger Hallo liebe frühe Media-Freude! Wir sind heute in Diener Brater und treffen den Innenpolitik-Chef des ORF, Hans-Bürger. Er wird dieses Jahr in traditionellen ORF-Sommergespräche mit den Chefs der Parlamentspartei vermitteln. Und nachdem wir wissen, dass Hans-Bürger ein begeisterter Hauptsportler ist, haben wir ihn zu einem besonders Das bewegt mich immer genau. Hallo, Servus! Ja, machen wir's?